Heute stellen wir Ihnen eine Studie vor von Colmenero und Coworkers British Journal of Dermatology. Es geht um SARS-CoV-2, Endothelinfektion, die zu Covid-19 Phosphon führt, histopathologische, immuno-, histochemische und ultrastrukturelle Studie von sieben pädiatrischen Fällen. Die Covid-19 Phosphon und ähnliche Läsionen, die vor allem von Spanisch-Pädiater bei Kindern beobachtet wurden, sind vermutlich auf eine Infektion der Endothelie mit dem SARS-CoV-2 zurückzuführen. Dies zeigen neue Untersuchungsergebnisse im British Journal of Dermatology. In den letzten Wochen haben sich Berichte über Kinder und Jugendliche gehäuft, die nach einer Infektion mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 stark juckende und oder schmerzhafte Läsionen an den Zehen manchmal auch an den Fingern entwickelten. Die starken Rötungen und Ödeme erinnerten die Dermatologen an eine Perniosis-Frostbeute, doch die Patienten waren keiner Kälte ausgesetzt gewesen. Bei einigen Kindern war es auch zu einem juckenden Hautausschlag gekommen, der nicht in das Krankheitsbild einer Perniosis passt. Die Fälle waren insgesamt selten. Eine Umfrage an spanischen Kliniken förderte jedoch 375 Patienten zutage. Bei den meisten Kindern traten die Läsionen in der Erholungsphase auf, in der vielfach keine aktive Infektion mit SARS-CoV-2 mehr nachweisbar war. Ein Zusammenhang mit der Erkrankung wurde deshalb infrage gestellt. Mitarbeiter einer Kinderklinik in Madrid ist es jetzt gelungen, die Viren in den Covid-Szenen nachzuweisen. Die Pathologen haben Biopsien aus den Hautläsionen von 7 Kindern im Alter von 3 bis 17 Jahren untersucht. Wie bei den meisten anderen berichteten Fällen waren die Rachenabstriche auf das Virus negativ ausgefallen. Mit einer immunhistochemischen Methode konnte in den Biopsien jedoch ein Antigen des Spike-Proteins von SARS-CoV-2 in den Gewebeschnitten nachgewiesen werden. Die Viren befanden sich in den Endothelzellen der Kapillaren. Schließlich gelang es den Forschern, die etwa 92 Nanometer großen Viren mit den für Coronaviren charakteristischen 13 Nanometer großen Spikes unter dem Elektronenmikroskop sichtbar zu machen. Wahrscheinlich ist eine Endotheliitis für die Entzündungsreaktion verantwortlich, die zu den frostbollenähnlichen Läsionen führt. Warum sie vor allem an den argeren Zehnenfingern auftreten, ist unklar. Die Prognose ist gut, die Läsionen bildeten sich im Verlauf von wenigen Wochen in der Regel vollständig zurück. Hier nun mehrere Bilder von den behandelten Patienten. Hier die Läsionen an der Ferse, an den Zehen. Und hier Fall 4, A-C-Nachweis von CoV-2 in Zytoplasmatischen Granula, die sich hier so bräunlich anfärben, die sich positiv für SARS-CoV-2-Spike-Proteine anfärben in den Endothelzellen. Und hier eine ultrastrukturelle Darstellung einer Endothelzelle mit Coronavirus-ähnlichen Partikeln, das ist hier mit dem Fall zu sehen, in der Nähe eines Mitochondions. Elektronenmikroskopische Auflösung, 60.000-fache Vergrößung. Weite Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie aktuell in Publikationen im British Journal of Dermatology. Wir sehen uns auf die Läsionen, die sich in der Nähe eines Mitochondens, die sich in der Nähe eines Mitochondens, die sich in der Nähe eines Mitochondens und die sich in der Nähe eines Mitochondens.